Max Pallenberg war ein österreichischer Sänger, Schauspieler und Komiker. Er war einer der bedeutendsten Charakterkomiker seiner Zeit und spielte häufig unter der Regie von Max Reinhardt. Leben Max Pallenberg wurde am 18. Dezember 1877 in Wien 2, Wintergasse 7 als Sohn des Ostgalizien nach Wien eingewanderten Brandweiners Markus Pallenberg und seiner Frau Kressel Gäb, Korsor geboren. Nach einer Ausbildung zum Schauspieler trat Pallenberg bei einer Wanderbühne und an Provinztheatern auf, bevor ihn Josef Jarnow 1904 an das Theater in der Josefstadt in Wien engagierte. 1908 ging er als Operettenkomiker an das seinerzeit berühmte Theater an der Wien, sang unter anderem in der Uraufführung von Franz Lehaasche Operette der Graf von Luxemburg und spielte 1910 Elftel am Deutschen Volkstheater in Wien. Seit 1911 spielte Pallenberg in München am Deutschen Künstlertheater, wurde 1914 von Max Reinhardt an das Deutsche Theater nach Berlin verpflichtet, wo er seinen künstlerischen Durchbruch erzielte und mit Glanzrollen wie dem Schluck in Gerhard Hauptmanns Schluck und Jau und dem Pitschum in der Drei Groschenoper, bald einer der bekanntesten Charakterkomiker seiner Zeit wurde. Seit den 20er Jahren unternahm er internationale Gastspielreisen, trat wiederholt in Wien auf und hatte hier in der von Hugo von Hofmannsthal für ihn geschriebenen Titelrolle der 1923 Uhr aufgeführten Komödie. Der Unbestechliche einen besonderen Erfolg Weitere große Rollen waren die Titelrolle in Lilium, der Theaterdirektor in Sechs Personen suchen einen Autor, sowie die Titelrolle in Max Brutz und Hans Reimanns Bühnenadaption von Die Abenteuer des braven Soldaten Schweg in der Regie von Erwin Pisketer, zu Pallenbergs wichtigsten Rollen bei den Salzburger Festspielen zählen der Mephisto in Faust, Argan in Der eingebildete Kranke, Teufel in Jedermann und Trofaldino in Tyrando alle in der Regie von Max Reinhardt. Pallenberg spielte in mehreren Stumm- und Tonfilmen, so 1915 in Max und seine zwei Frauen und in Fritz Kortners der brave Sünder. Am 20. Februar 1917 heiratete Pallenberg in Berlin Charlottenburg Fritzi Messery, eine der größten Diven der 1920er Jahre. 1933 ging er mit seiner Frau nach Österreich ins Exil. 1934 starb er bei einem Flugzeugabsturz bei Karlsbad in der Tschechoslowakei. Sein Grab befindet sich im Urnenhain der Feuerhalle Simmering. 1955 wurde die Pallenbergstraße in Wien-Hitzing nach ihm benannt. Charakterisierung Bei der Beschreibung des Charakterkomikers Pallenberg werden seine große Gestaltungskraft, seine Improvisationskunst und sein sprachlicher Variationsreichtum genannt. Er gilt als Repräsentant des kritischen Volkstheaters. In seinem Spiel bezog er Aggressivität und Groteske mit ein ebenso die Kritik der Rollen. Herbert die Hering schrieb, schauspielerisch ist Pallenberg die verwegenste Konsequenz des Improvisationskomikers der Comedia dell'arte. Kurt Tucholsky beschrieb Max Pallenberg einmal als ein Teufel, ein entgleister Gott, ein großer Künstler. Filmografie 1912 Pampulik als Affe 1912 Pampulik kriegt ein Kind 1915 Max und seine zwei Frauen 1915 Pampulik hat Hunger 1915 Der rasende Roland 1915 Kapellmeister Pflegekind 1921 Die Nacht und der Leichnam 1931 Der brave Sünder 20 Rum D über D über D über D über Dη